Hallöchen zusammen und willkommen bei einer weiteren Folge Minecraft. Ja, ich sage auch Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge Minecraft. Sollen wir zurück zum Spiel? Ja. Obwohl, das musst du sagen, weil du sitzt diesmal... Was habe ich noch in der Höhle gesagt? Ich sage, zurück zur Musik. Oh ja, stimmt. Hab ich schon angemacht? Nee, jetzt. Ja. So. Wo hast du mich denn hier ab... Also diesmal spiele ich... Ja. Ich habe dich auf dem Balkon... Du hast mich auf dem Balkon abgesetzt. Auf dem Balkon. Ja, was haben wir denn da? Wir haben Treppenholz, Treppen... Nein, Tropenholz, Treppen, Treppenholz, Tropen. Dann haben wir... Ich muss hier erstmal rauf. Ja, mit Erde, ne? Ja, ich will mir was angucken. Eine Sekunde. Das kann ungefähr 20 Folgen dauern. Ja, das kann ich bestätigen. Hm, ich überlege, ob man sich hier durchbaut. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Okay. Wolltest du nicht deine billige Ordnung da machen? Oh ja, also. Ich muss die... Ich muss die... Die... Die Schaufel... Oh, die Schaufel. Oh, die Schaufel. Oh mein Gott, so viele Schaufel entferne geht. So, das ist die Erde. Dann an zweiter Stelle kommen die... Äh... Die Eisenspitzhacken. Ich sehe nur eine. Ja. So, dann kommt... Dann kommen die Äxte bei mir. Und dann kommen die Schwerter. Boah, das ist doch so eine billige Ordnung. Das gibt's doch gar nicht. Und diese billige Ordnung ist mir lieb und teuer. Auch wenn sie dir nicht isst, ganz geheuer. So. Hab ich auch schon mal gesagt, dass es total komisch ist... Dass es total komisch ist, wenn man auf... Neben einem sitzt und nicht selber spielt. Ja, viel komischer ist es, wenn man einen neben sich sitzen hat. Ja, aber du hast mich ja sonst auch immer sitzen. Und sch... Ups, ja, du hast einen sitzen, ganz genau. Jetzt sind wir auf dem Dach. Ich muss mich, ähm... Ich hab jetzt eine Orientierungsphase, liebe Zuschauerinnen. Das ist keine Phase. Okay. Ah, jetzt brauch ich was. Ich brauch noch von diesen Dingern hier. Ja, Steinziehung. Ja, da. Steinziehung. Äh, da, 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 und da, da, da. Ja. So, immer die Shift-Taste schön gedrückt halten, bis die Knöchel weiß hervortreten. Das stimmt. Die sind weiß. Die machen wir so zu von oben? Ja. Sonst wird das mit dem Dach viel zu kompliziert. Kann man nicht hören? Ja, dich kann man super hören. Hallo, hören Sie mich? Kannst du bitte das Lied wechseln? Das kann ich nicht. Doch, jetzt. Ja, von mir aus. Ach, nee, so nicht. So. Nein, wieso nicht? So. Okay, was für ein Liedchen kommt denn jetzt? Hm. Gar nicht. Egal, wir machen doch. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, wo wir sind. Hinten. Hinten. Oh Gott. Okay, das muss ich noch zumachen. Wir haben eine Rüschung. Wenn wir da runterfallen, ist das nicht so schlimm. Und auf der anderen Seite auch nochmal, bitte. Ach so, das habe ich gesucht. Ja. So. Wo ist vorne? Vorne ist da rechts. Vorne ist gegenüber vom Arsch. Rechts. Oh. Rechts. Da. Oh Mann. Nein. Ja. Nein, links. Hier, ne? Ja, da ist vorne. Genau, das ist vorne. Ich wette nicht. Ah doch, da ist der Balkon. Gut, jetzt brauchen wir die Stüfchen. Nein, brauchen wir noch nicht. Ich habe was vergessen. Siehst du wohl? Richtig. Und zwar, Ditte hier. Ja. So. Wer schon mal ein Dach gebaut hat, bei Minecraft, oder zugeguckt hat, wie man ein Dach baut bei Minecraft, oder es sich hat erzählen lassen, wie ein anderer zugeguckt hat, wie sein Bruder bei Minecraft einem erzählt hat, wie seine Schwester ein Dach gebaut hat. Bei Minecraft. Bei Minecraft. Wir arbeiten nicht bei Mojang. Das hört sich so irgendein an, so wie Moin. So, so, Dialekt Mojang. Oh, mein Herz ist jetzt schon wieder. Meine Birne schrumpft richtig. Kannst man? Ich kann nicht. Ich falle vor Lachen vom Dach. Ah, okay. Ja. Hast du super gemacht. Das ist die Frage, je spitzer man das macht, desto höher wird das Dach. Ja. Jetzt müsstest du sagen, ach. Ach. Soll ich das etwas abgeflachter machen? Ja. Weißt du, meine Arme sind so lang? Ja. Höher. Hulau. Husser. Ach so. Ja, warte mal eben. Ich habe schon so lange ins Minecraft gezockt. Gelogen. Das ist nicht gelogen. Nicht gezockt, schon lange nichts verbockt. Weg. Deine Reime sind ja heute total lustig. Mein Headset rutscht die ganze Zeit. Du meinst wohl, deine Reime sind was für den Arsch. Mein Headset rutscht die ganze Zeit. Warte mal mal ganz kurz. Von deinem Birnchen, ne? Oder? Nechwa? So, jetzt habe ich es kleiner gestellt. Äh, ja. Oh. Hier sind die Steine ausgegangen. Aber es wird reichen. Wir müssen nicht nach unten weichen. Oh Gott. Um mit dem... Lustig. ...das Inventar zu vergleichen. Irgendwie sehen die Schafe von oben viel bräsiger aus, als von unten. Ja. Also ich meine jetzt nicht wirklich von unten. Ich habe mich noch nie unter die Schafe gebuddelt, um zu gucken, wie die von unten aussehen. Ich meine jetzt, wenn man auf dem Boden steht. Beruhig dich mal. Ich kann mich nicht beruhigen. Ich habe da Assoziationen, äh, da würde dir, da bliebe dir die Spucke weg. Hey, du musst gleich mal fängen gehen. Ach, wir spielen mit Monstern? Ja, wir spielen mit Monstern. Ne, da muss ich mich ja immer wieder hoch... Nein! Was denn? Du musst doch noch eine Spur... Ah, ne, stimmt. Alles in Ordnung. Hahaha. Das war ja nicht. Genau, so, ich muss einmal schnell schlafen gehen. Und das mache ich so. Oh, die Orten, oh, ne. Die geht gar nicht. Zack. Und gute Nacht. Und schon sehe ich den Mann im Mond. Dra, die, du, nur der Mann im Mond. Mond, schau zu. Nicht. Ähm, du hast doch da... Du hast da doch doch ein Loch gemacht. Jaja, ich habe mich vertan. Einer vor, bitte. Ich habe mich vertut. Einer vor, bitte. Oh, heiliger Bimbam. Heiliger Franziskus. Oh Gott! Sag mal, wie kann man denn so... Moment, weißt du, wie ich weiß, wo das Loch ist? Ich mache das so, 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 so. Das ist so eine Art Zielscheibe für mich. Da kann ich das leichter anvisieren. Ah, okay. Moment. Bitte Geduld, liebe Zuseher. Ah, die Musik ist so ultra scheißgeil. So? Ähm, ja. Das erinnert mich so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen an Goffi. Das Loch? Nein. Das sieht irgendwie aus wie so eine Erdrosette. Aha. Okay. Ähm. Juhu. Muss ich was essen? Okay. Ähm, juhu. Jum, juhu, 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 juhu. Jetzt fehlt mir noch... Ich habe noch... Du hast mir mal gesagt, dass die danach manchmal rülpsen. Ich habe das noch nie in meinem ganzen Minecraft-Leben gehört. Das ist jetzt nicht so eine Art Minecraft-Legende wie Herobrine oder Herobrine. Das ist, ähm... Vor allem habe ich es gesehen, ne? Moment, ich mache jetzt einen Fehler. Ja. Weil ich muss mir ein Gerüst bauen, dennoch. Das heißt, das kommt weg. Und die 64 werde ich hin tun. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Kannst du das Lied bitte wechseln, weil... Ja, bitte. Deswegen. Das ist... Das geht nur eine Minute. Moment. Okay, lassen wir das? Ja. Also, ich brauche jetzt Erd. Erd. Äh, irgendwie bin ich... Awesome. Dirt. So, so kann ich es ja nicht machen. Na, zumal. Das ist ja doof. Ach ja, jetzt weiß ich es. Super. Falsch. Nein, nein. Die Treppen fangen ja hier an. Äh, die Treppen, also das Dach. Äh... Also, muss ich ja auch hier drauf stehen. Oder nicht? Ne, da kannst du ja nicht bauen, wenn du drauf stehst. Moment, ich muss das mal einmal ausprobieren. Ich habe das schon länger nicht gemacht. Ähm... Wir haben ja noch Zeit. Ja. Ja, wir wollten ja... Sechs Minuten. Zwei Folge 10.000 aufhören. Genau. So, das heißt, wenn ich hier stehe, dann stehe ich scheiße. Richtig. Habe ich auch gesagt. Dann stehe ich ungut. Aber wenn ich hier stehe, dann bin ich perfekt. Dann stehst du super. So, jetzt mache ich mal ein Gerüst, das hat kein Maurer gesehen. Nicht mal auf dem Mond. Was dauert so lange? Bei dir. Gruß. Ja, vielen Dank. Frank. Ich weiß nicht, Frank. Ja. Ich habe selbst Y für dich. Nein, er heizt wirklich nicht, Frank. Gottverdank. Oh, Gott. Denn das machte mich krank. Was? Ne, lass nicht mehr sein. Du kannst es besser. Ja. Ja, so wird das langsam, aber sicher was. Ja, ja, genau. Es erinnert mich jetzt an den Saturn. Rate mal, warum. Oh, ich weiß. Bin ich überhaupt laut? Zu laut genug? Oh, warte. Mein Headset rutscht schon wieder. Zwei Sekunden. Ja, dann lass dir doch einen Kopf wachsen. Mann, Mann, Mann. Wenn es so weitergeht, bekommst du in Let's Play so ein total kleines Bienchen. So ein App-Sport. Soll das heißen, ich bin dumm? Also, ich werde von Minecraft dumm? Oh, nein. Warum mache ich denn hier? Oh, mein Gott. Hier ist ja das Dach. Da kannst du doch laufen. Ja, was? Dachtest du, ich mache noch ein Gerüst? Ja. Moment. Verdammt. Ich brauche doch gar nicht. Ich brauche doch... Ach, doch. Ach, ja. Moment. Hier ja nicht. Aber da hinten wieder. Ja, da hinten wieder. Okay, Antivir nervt mich gerade. Mir kann ich ja ruhig sagen. Ich habe ein Antivirenprogramm auf dem Rechner. Ist auch gut so. Weil, ja, ist gut falsch. Oh, das ist ein bisschen doof. Warum denn so? Warte doch mal. Ich muss ja erstmal dahin. Ich weiß, ich muss einen weitermachen. Nee. Ja, aber ich muss ja... Ich kann ja nicht springen in der Luft. Ja. So wie Wasser keine Balken hat, hat auch Luft keine Balken. Ja. Hä? Ja, lass dich nicht belabern vom alten Charlie Ranger. Ganz alt. 148. Oder so ähnlich. Hier ist es auch alles egal. Nee, Quatsch. Der ist sogar nicht so alt. 13, meine ich. Genau. 13 ist ja ein biblisches Alter. Ich springe nicht so schnell aus der Fassung. Zumindest nicht in diesem LP. Ich wäre jetzt fast zum Stuhl gefallen. Ich stelle mir das gerade mal so vor. Da musst du nicht, da musst du nicht weiter wachen. Pferde kotzen sehen vor der Apotheke. Wie man so schön sagt. Okay, wir fangen jetzt erstmal an. Und die Zeit ist ja auch schon fast zu Ende. Das passt ja. Wie, die Faust aufs Auge. Wie Arsch auf Eimer. Ich mach noch hier so ein bisschen um die Ecke, ne? Ja. Mach ruhig. Gelli, Wolli? Oh, die Musik ist so schön. Okay. Die Musik ist so schön. Ja. So. Jetzt fangen wir an. Genau. Leut sich das überhaupt noch? Äh, ja. 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 Falsch. Ja, ich muss erstmal die richtige Höhe ausnoten. Jetzt kommen die ganzen Ausreden natürlich. Nein, ich muss ja... Hier, guck mal. Wenn ich jetzt die Shift-Taste drücke, dann wirkt sich das Minecraft-Männchen. Sollen wir das mal einmal austesten? Mhm. Ja. Popo ausstreck. Popo ausstreck. Aus, als ob der... Genau. Oh, der sieht ja... Oh, der getastet, Mann. Ja, wir müssen mal einen eigenen kreieren. Ja. Aber ich jetzt... Oh Gott. Das kann noch Ewigkeiten dauern. Ach ja, genau. Man muss dann so ein bisschen seitlich versetzt, äh, zum... Und dann bitte unten... Und weiter weg. Nein. Und unten des... Unter des Steinen. Also... Da ist ja die Hälfte. Und dann drunter. Ja, 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 ja. Und wenn die einmal... Warte, stopp. Ja. Applaus, Mannersatz. Falls man es nicht... Und wenn die einmal steht, also die Treppe steht, dann ist alles in Ordnung. Ja. Du machst das gut. Wenn etwas einmal steht, dann, äh, geht die andere Sache von selbst alles wie von selbst. Oh. Du darfst mich nicht loben. Du bist überhaupt schlecht, jemanden zu loben. Oh Gott. Du hast, äh, heute eine gute vier nach Hause gebracht. Super. Und dann denkt man sich, ja, ein fünf geht auch. He, 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 he. So, 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 so. Und den nächsten 64er-Step. Tropenholz-Treppen. Treppen-Holz-Tropen. Nein, Tropenholz-Treppen. Oh, du, du hättest doch das Gerüst da weitermachen. Nein, es ist nicht, äh, von Nöten. Äh. Wo, so geht's auch, na klar. So geht's auch. Oh, hab ich das denn vergessen? Darauf kannst du verwenden einen Knoblau. Ich mag... Nein, nein, das ist ja nicht einen, sondern ein. Das ist ja, äh, doch der. Ist das der Knoblau oder das Knoblau? Der. Ja, das ist eigentlich mal Spaß. Ähm, dann kann ich das doch direkt von der anderen Seite... Jo, könntest du. Mach ich aber nicht. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt aber auch aufhören. Ja, oh mein Gebieter. Also, wir machen jetzt eine kleine Pause und sehen uns demnächst. Jo. Tschüss. Tschüss.